Hallo, mein Name ist Stefan Hummer. Ich bin in der Group IT jetzt mittlerweile seit drei Jahren. Ich habe im Nachgang Wirtschaftsinformatik studiert, bin 31 Jahre alt und arbeite jetzt im Prozessmanagement. Meine Rolle ist Prozesskoordinator, bin mittlerweile Abteilungsleiter von der Abteilung Integriertes Management System. Unsere Aufgaben sind das ganze Audi-Zertifikat bei uns in der Group IT zu managen. Wir machen die Prozesse zentral für die ganze Welt, für alle Subsidiaries. Ich habe in der Vöstalpine Maschinenbautechnik gelernt und bin über das Studium Wirtschaftsinformatik jetzt in der Group IT gelandet. Was mir besonders Spaß an meinem Job macht, ist die Vielfältigkeit. Ich habe jeden Tag etwas anderes zu tun. Ich habe Abstimmtermine mit irrsinnig interessanten Menschen, die aus der Technik kommen, die aus der Finanzwelt kommen. Fürst Alpine. One step ahead.